Alles was zählt. AWZ. Vorschau. Absage an Leipzig. Steinkamp-Zentrum darf deutsche Meisterschaft ausrichten. Die Steinkampfs sehen darin ihre Chance, würden sich über die Entziehung der Ausrichtung freuen, um die DM selbst ausrichten zu können. Der gute Ruf ihres Unternehmens könnte prompt wiederhergestellt werden. Nach der offiziellen Bewerbung für die Ausrichtung will sich Münzing ein genaueres Bild vom Zentrum und dem Kader machen. In Folge eines aussagekräftigen Präsentationsvideos gibt Münzing Simone zu verstehen. Hoffen dürfen sie immer. Aber ich denke nicht, dass wir ihnen den Zuschlag geben werden. Er macht es an der mangelnden Leidenschaft fest. Die will Trainer Luca Wolter, Felix Krutke, 25, auf dem Eis präsentieren, der ins Büro gestürmt kommt. Mithilfe der Läuferinnen wird eine spontane wie atemberaubende Show gezeigt. Tatsächlich schlägt diese spontane Idee beim neuen BDE-Präsidenten ein, woraufhin er dem Steinkamp-Zentrum den Zuschlag zur Ausrichtung erteilt. Unterdessen gibt es weiter Unstimmigkeiten zwischen Wolter und Läuferin Layla, Suri Abbessi, 28, der ihre Trainingsleistung kritisiert. Hör auf, so viel nachzudenken und fang an, zu machen, und zwar ab sofort. Sonst kannst du eine vordere Platzierung bei der Deutschen Meisterschaft vergessen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020